Jo, hi. Wir machen noch mal zusammen eine Fernlieferung. Da gibt es 78,12 Dollar. Und, jo. Ja, dann machen wir das mal nochmal zusammen. Ist ja ein interessierenderer Weg. Aber, jo. Sind ja doch 16 Dollar mehr. Ja, da bin ich mal auch gespannt. Weil, jo. Das war ja doch schon jetzt immer ein bisschen geballert. Kommen wir mal kurz auf die Kart, die jetzt ist. Oh, ja. Das ist ein weiter Weg. Bis dann genießt. Jo. Da kann viel passieren. Also. Geh mal mal Gummi. Das ist immer schön. Geh mal weg nach. Das gibt die schöne, grün berüchtigte Kutsche-Meile. Einige Kutsche-Meile, das da. Also echt nett um die Ecke. Ja. Aber wie gesagt, schon super. Dass es mir zu einfach gemacht ist. Wie haben wir erwähnt. Mit der Strecke kann ja einiges passieren. Ups. Jetzt gucke ich auch grad was. Oh. Das ging sogar auch. Ne. Ging nicht. Ich hab mir gedacht. Wir können selber fahrgelassen. Ohne selbst. Ne. Hat das nicht funktioniert im Kino. Aber einfach besser so. Wenn man so jemand an der Krare will. Ja. Das sind auch übrigens jetzt schon. Für andere Spieler sichtbar. Ne. Ne. Ich hab glaub ich gesehen. Wenn er aufgepasst hat. Wenn er nicht so dumm lacht. Vor allen Dingen. Wenn wir sind auch so ein Dienis drin. Da sind in der Momentenflug immer viel Spieler. Das wäre. Das könnte schlecht enden. Wenn es dumm lacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020